Dieser sogenannte Upload-Filter wird das Internet, so wie wir es heute kennen, grundlegend verändern. Artikel 13 beschäftigt die Gemüter ungemein. Wenn Artikel 13 in Kraft treten sollte, dann sage ich, wieder schauen und reingehauen. Erst werden wir Aktivisten von der Marke EU-Kommission als Mob bezeichnet und jetzt kommt immer mehr heraus, wie hier die Konzerndobbyisten die Europapolitik an der Nase herumführt. Nie mehr CDU, 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 nie mehr CDU. Hey Leute, ich habe gerade ein Let's Play aufgenommen, aber ich darf es euch ja leider nicht zeigen. Ihr wisst ja, Artikel 13, Upload-Filter, aber ich habe mir was Neues überlegt, was einfach die Let's Play-Welt revolutionieren wird. Ich erzähle euch einfach, was passiert ist und ja, so können wir einfach weitermachen. Scheiße für Ticket 13. Okay, pass auf, es war so. Ich habe Neue Welt gegründet, casual, ihr wisst. Habe erstmal einen Baum abgefällt, Holzspitzsacke, Stein abgefällt, Steinschwert. Im Moment ist es natürlich jetzt ein bisschen ein Problem und finanziell sieht es jetzt momentan echt beschissen aus und vermutlich muss ich jetzt wohl schauen, dass ich mir wieder einen Job suche nebenbei. Metal-Leute, servus und mein herzliches Willkommen. Hallo, wir haben zwei Bestellungen. Ja. So ein Fisch-Merk-Menü, bitte. Mit schönem Butter-Aroma. Dann hätte ich gerne so einen Crank-Bacon-Cheese mit Riffel-Kartoffeln und Mezzo-Mix. Ähm, ja. Und dann hätte ich noch gerne zwei von diesen Chili-Burgern. Richtig geil, richtig lecker. Ist nichts, was ich oft esse, weil ich mag eigentlich gar keine Burger, lustigerweise. Viele mögen sie, ich mag sie eigentlich nicht. Sie ziehen von Stadt zu Stadt und bieten ihre Liebesdienste feil. Wanderhuren. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, das Jahr fing ja noch relativ harmlos an und plötzlich landest du auf dem Arsch und stehst vor dem Nichts. Hey, Baby. Na, wie wärst du noch zwei? Drei Meter vom Sport entfernt Villagerdorf. Ich denke mir so, oh mein Gott, als ob. Ich dachte so, okay, wenn da jetzt irgendwie eine Schmiede was Geiles drin ist, es wäre so ein krasser Ziel, es wäre so ein krasser Start, ja. Ich renne in die Schmiede, was ist drin? Zwei Diamanten, also genug für ein Diamantschwert. Ich denke, okay, wir können direkt Bübel loslegen. Hallo McDonalds. Dieses Video richte ich direkt an euch. Ich bin hier nämlich gerade wieder vor meinen Lieblings-McDonalds. Vielleicht kennt ihr mich. Ich bin ein sehr großer Fan eures Unternehmens. Ich bin übrigens auch so ein YouTuber. Ich rede halt viel über's Masturbieren. Die Intention ist gut, da war rein technisch leider nicht umzusetzen, denn wie soll mal 400 Stunden Upload die Minute checken? Wie soll ein Programm fräsen, wo überall Lizenzen stecken? Ich denke mir so, Alter, das ist ja einfach der geilste Start überhaupt. Junge, wie geil ist das? Hinter mir höre ich so ein Zischen. Ich denke mir, nein, 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 und dann auf einmal die Deutschen werden immer dicker. Mehr als die Hälfte ist übergewichtig, warnen die Krankenkassen. Nachdem sich alles geändert hat, war ich fertig mit der Welt. Schläfst du? Schläfst du? Ja, ich denke mir so, er ist ja einfach der größte Angebste Ich denke mir mal ein paar Jahre jetzt, ich bin ein etwas und sicher mir selber lücken in dem virtuellen Marie, die du berрупte sanierرك und historischen Typhorasrekord layout